Punkt unserer Dorfsportwoche. Wir haben für Sie hier auf dem Kleinspielfeld die Europameisterinnen im Zweier Kunstradfahren sowie die gleichzeitig deutschen Meisterinnen im Kunstradfahren, Caroline Wurt und Marie-Sophie Nattmann und wir begrüßen Sie jetzt mit einem Riesenapplaus. Die beiden Europameisterinnen können nur einen Teil ihrer Kür zeigen, weil sie hier auf dem Gummibelag nicht so gut fahren können wie in einer Sporthalle. Deshalb ein Teil der Kür. Wir bieten nun um Aufmerksamkeit für diesen Auftritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Musik 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 Freunde, selten war es zurück bei der Dorfsportwoche, wie in diesen Minuten des Auftritts von Carolin Wurt und Marie-Sophie Nattmann. Nochmal ein recht herzliches Dankeschön euch zwei, dass ihr die Zeit genommen habt, hier uns bei der Dorfsportwoche zu besuchen. Dankeschön. Vielen Dank.